Aber was? Copcan ist zu teuer. Das Star ist nicht zu teuer. Das heißt, ich werde damit weitermachen. Cattail, das ist eigentlich... Selbstverständlich, dass ich die mithole. Brauche ich Squash? Brauche ich Cattail? Cattail ist nicht teuer. Touchwood. Walnuts. Ey, Talnuts sind schon wichtig. So. Also hiermit habe ich schon mal ein bisschen was. Wie viel? Ein Moment. Nein! Jetzt könnte ich mir einen neuen Slot kaufen. Mann! Okay. Überlegen. Was könnte ich denn jetzt noch mitholen? Was fehlt mir? Also mit dem Freeze, das war ja keine schlechte Idee. Das könnte ich auch nochmal machen. Und anstatt... Ich... Ich mache es so. Oh je. Jetzt muss ich aber erstmal nachdenken, wie ich das mache. Wie vorhin. Hier. So. 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 Dann kommen... Dann kommen... Scheiße. Das war falsch. Ah. Restart. Kacke. Ah. Scheiße. Oh. Ich darf keine Fehler machen. Sonst, äh... Bin ich mit mir nie mehr froh. Squash. Tallnut. Tortured. So. Let's rock. Okay, nochmal. Ich mache jetzt eine Reihe, um mal zu zeigen. Eins. Zwei. So. Dann kommt... Tortured. Dann kommt die Squash. Und dann kommt die Tallnut. So. So. Hier. Kommt Cat's Tale. Und hier. Kommt die Snoopy. So. Und. So. So. Also die Defensive Line ist schon mal so wichtig, dass ich die jetzt schon baue. Die Squashe wäre noch nicht mal so wichtig. Deswegen lasse ich die jetzt auch erstmal weg. Ich versuche die dann gleich irgendwie zu bauen. Hier kommt die Squash erst schon hier hin. Weil hier noch eine Tallnut-Wand hinkommt. So habe ich mir das jetzt gedacht. Ähm. Ja. Natürlich bin ich schon nicht fertig. Aber. Oh. Scheiße. Jetzt frieren die nicht mehr. Gut. Zu wissen. Shit. Was hier wird so nur lang auf... Ich werde die Folge... Ich muss sie lang machen. Sonst. Ist ja kacke. Ich mache die ganze Zeit weg. Ähm. Lillipads. Cattail. Squash. Tallnuts. Tortured. Tortured ist wichtig für den Damage. Auf jeden Fall. Dann kommt Tortured schon hier hin. So. Dann kommt die... Squash und dann die Tallnut. Tallnuts sind wichtig. Tallnuts kommen hin. Lillipad. Lillipad. Tallnut. Tallnut. Lillipad. Lillipad. Cattail. Cattail. Repeater. 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 So. Tortured. Für den Damage. Freeze ist... Oh. Jetzt habe ich versehen, dass ich etwas Falsches mache. Freeze ist nicht so wichtig. Kommt trotzdem jetzt hier hin. Und hier hin natürlich. Ich kann schon mal diese hier bauen. Für nachher die Tallnut. Weil wie gesagt, Squash... Der verschwindet ja eh wieder sofort. Deswegen das... Brauche ich jetzt so noch nicht. Wow. Wieso habe ich jetzt Squash mitgeholt? Der verschwindet ja wieder. Ich hätte dann eine Cherry Bomb oder so mitholen sollen. Ach. Dreck. Aber für eine Cherry Bomb habe ich nicht genug Sonne, weil... Ich bekomme ja erst danach Sonne oder so. Weißt du noch? Oder so. Oh je. Aber das hier ist jetzt schon mal besser. Auf jeden Fall. Ich würde am liebsten noch einfach nur zugucken, aber... Oh je. Oh je. Ich bin mal echt gespannt. Letztes Mal haben wir zwei Flaggen geschafft. Ich hoffe, dass wir diesmal mehr schaffen. Ähm... Bam, bam, bam. Ah, Torchlood war hier echt wichtig. Also das erkenne ich jetzt auch. Auf jeden Fall. Ah, natürlich. Die tauen den auch wieder auf. Also die Feuerbälle, die tauen die Typen ja auch wieder auf. Das ist ein bisschen türkisch. Aber ich denke, es werden ja trotzdem teilweise aufgehalten, dass das trotzdem wichtig ist. Ja. Gehe ich einfach mal von aus. Hier in der Mitte sieht das dann etwas anders aus. Aber ich steuer der Meinung bin, dass sie nicht stark genug sind. Ich müsste noch ein Cattail hinbauen. Das ist schlecht. Also es ist entschieden. Ich baue noch... Ich baue noch zwei Cattail. Hier hin. Ich habe die Squash auch daheim lassen können. Um eben den Damage-Output zu erhöhen. So. Continuons laut. Bin ich echt mal gespannt, wie es hier jetzt wird. Jetzt kommen die... Helme zum ersten Mal. Okay. Bam, bam. Oh. Damit ich das auch noch mache. Oh. Mann, 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 Mann. In Wirklichkeit, diese Kette, diese Blume an sich. Und die simboschigen... Und die simboschigen... Und die wirkliche Pflanze. Die finde ich voll toll. Weil die so... Ja. Flauschig sind. Naja, aber... Das ist nur nebensächlich. Ähm... Auch noch nebensächlich ist. So, wenn die sich ja hier schon so prügeln. Ähm... GTA kam raus. Und, äh... Anstatt GTA zu spielen, wie ich es könnte... Sitz ich hier und nehme auf. Jetzt wisst ihr, wie sehr ich euch mag. Nur mal... Gesagt. Nein, GTA ist ein super Spiel. Boah, GTA 5. Boah. Ähm... Ich beschwere mich nicht. Nie im Leben. Ich bin echt froh, das Spiel zu haben. Ah, die Squash. Ich weiß nicht, wieso ich die hab. Natürlich, nachher wird es echt wichtig, aber... Ich hätte auch ne Potato Mine holen können. Dämlich von mir. Aber ne Squash ist auch eher... Ah, ich weiß nicht. Natürlich ist die Squash besser als ne Potato Mine, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt so viel mehr bringt. Das ist mein Problem. Naja, ist ja auch egal. Das hier, das macht mir jetzt schon wieder Angst. Komm, stirb. Ja, ich muss noch ein Cat-Hail machen. Und jetzt... Nachher muss ich wahrscheinlich Tall Nuts austauschen. Weil jetzt kommt Flagge 3, wo wir letztes Mal nicht so gut abgeschnitten haben. Ich bin mal gespannt, wenn ich es hinbekomme und die Tall Nuts auch einfach nur stehen bleiben. Könnte ich eventuell Squash... Squash... Squashe bauen oder so. Aber ich weiß es nicht, ob ich es tun soll. Weil, ähm... Die Tall Nuts in der Mitte sind schon beschädigt. Und je nachdem... Wie sehr sie bestätigt sind dann nachher... Ob das wirklich so klug ist. Das hier in der Mitte ist schon mal echt kacke. Da sind so viele mit Helmen. Wieso im Wasser? Oder fallen die mir hier einfach noch nicht auf? Hätte ich doch lieber Cat-Hail zu Hause lassen sollen und Gatling gunnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Sie haben schon wieder genascht. Wer jetzt sagt... Äh, sammeln doch die ganzen Münzen ein! Meint ihr wirklich, ich bekomme alle Münzen mit? Nee. Es geht schon wieder los. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist... Irgendwas fehlt mir. Irgendwas ist falsch. Die hier kommen ja immer noch durch. Die Mitte ist zu schwach besetzt. Ja, naja. Kann ich jetzt schon vergessen. Äh... Die Cat-Hails haben keine... Keinerlei... Äh... Verteidigung. Das ist... Es ist Fakt. Okay. Ich werde es wohl nochmal machen müssen. Weil das hier ist ein riesiger Verlust. Den kann ich so nicht hinnehmen. Nee, der Verlust ist zu groß. Nee, ich kann auch nicht mal Tollnats hinbauen. Drei Flagen. Wir müssen fünf schaffen. Okay. Ich habe da noch eine Idee. Also erst mal, das mit den Potato Mines. Das ist gar keine schlechte Idee. Jetzt hole ich Walnuts mit. Snow Pea, klar. Repeater. Bleiben. Torchwood. Bleibt. Ähm... Keine Gatling Pea. Ähm... Ja, Lilypad ist klar. Okay. Was hatte ich letztes Mal noch mit? Cat-Hail lass ich da. Äh, kann ich mir ein Pumpkin vielleicht mitholen? Vielleicht kann ich ihn noch gebrauchen. Und Tangle Kelp. Ähm... Ich weiß es jetzt so gar nicht. Ähm... Ich will einfach mal eine Tollnats mit. Ich werde es am Anfang nicht benutzen. Aber... Wer weiß. Also. Folgendes ist mein Plan. Repeater. Repeater. Torchwood. So, Repeater. Repeater. Torchwood. Repeater. 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 Lilypad? Weil... Ich habe ja gemerkt, es ist zu wenig Damage. Torchwood. 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 Repeater. 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 Torchwood. Nimm natürlich mehr Platz weg. Ist klar. Snoopy. 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 Lilypad. Lilypad. Snoopy. Snoopy. So. Jetzt fängt der Spaß an. Ähm. Tollnats. Äh, Walnut. 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 Und die kommen. verdammt, ich kann nur eine bauen. Fuck. Okay. Start Dorn Slot. Ich glaube, ich bin am Arsch. Aber was hat jetzt mehr gekostet? Hat das hier jetzt... Ich bin mir jetzt so gar nicht mehr sicher. Nee, bin ich mir echt nicht mehr sicher. Ob das unbedingt mehr gekostet hat, kann ich nicht sagen. Hm. Ha, ha, ha. Wäre auch ein Ding, wenn das hier ein Minispiel wäre, weil ich es nicht schaffen würde. Ist ja vorher noch nicht vorgekommen, deswegen wäre es ja so komisch. Das wäre so traurig. Ja, nicht, dass wir hier drauf zurückkommen müssen nachher. Wer weiß, wer weiß. Aber man merkt, in der Mitte ist schon mal ein höherer Damage Output. Das könnte sein, dass das hier dann total, ähm, unbeeindruckt bleibt. Und ich in dem Sinne Glück hab. Hier, die sind nämlich hier mit einem... Weg. Okay. Optimistisch bleiben. Stirb. 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 Ja. Siegreich. Okay. Walnut. Jetzt gibt es natürlich schon ein paar Probleme. Aber... Ich mach das so. Lillipet, Lillipet. Und wieder nur eine Walnut. Und dann nachher versuche ich, Tallnuts noch davor zu bauen. Keine Ahnung, ob es klappt. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm. Und wenn dann diese Typen mit den Leitern kommen, dann muss ich eh, äh, die Walnut auswechseln. Die Walnut war halt nur die billigere Variante. Und deswegen hab ich das geholt, weil... Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso das grad eben nicht gepasst hat. Äh, wahrscheinlich war der... Ah, ich hab mehr Torchwood. Oh, natürlich. Okay, das ist natürlich bitter. Ähm. Aber... Sie kamen ja nicht hin. Und jetzt hab ich... Die Walnuts. Also ist alles wieder cool. Glaube ich. Ähm. Bin mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob auch Delfine da waren. Obwohl ich die Tallnuts ja wirklich nicht unbedingt ins Wasser setzen würde jetzt. Weil da sind ja schon zwei... Walnuts. Ah je. Hoffentlich wird das hier was. 20.000! Uh! Jetzt kann ich mir endlich den neuen Slot kaufen. Den neuen Slot da. Den neuen Slot. So. Dann kommt mit der Huge Zombie Wave. Dann bin ich... Oh Gott! Selina, dran! Der Typ mit der Leiter ist weg. Aber die Leiter war schon so weg. Man merkt... Dass ich mehr Angriffspower hab. Jetzt dahinter. Man merkt es. Ähm. Natürlich ein Träumchen wert. Ach ich mach das so. Wenn ich hier die Tallnut Reihe hinbekommen würde. Und darum noch ein Pumpkin. Aber. Das Problem ist. Ähm. Ich kann momentan nur eine Tallnut bauen. Danach mit 2450 könnte ich... Drei Tallnuts bauen. Ja. Ja. Nur drei. Aber der da ist beschädigt. Ich lasse es mit den Tallnuts. Und remove a plant. So. Wenn da jetzt noch was passiert, kann ich die währenddessen austauschen. Das ist es. Ich hoffe mal, dass es das ist. Ähm. Mit dem... Das ist so richtig oldschool. Das ist keine Tallnut. Das ist eine Walnut. Das ist kein... Gatling Pea. Das sind zwei Repeater. Ähm. Es ist Free... The Frozen Pea ist... Okay. Torchwood. Es ist hier aber auch kein Squash. Es ist eine Potato Mine. Ich werde mit kleinen Dingen zum Sieg kommen. Wieso? Weil sie billiger sind. Das ist irgendwie total komisch. Außer Torchwood. Torchwood ist verdammt teuer. 175. Boah. Wieso der durchkam? Weiß ich nicht ganz. Aber es gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Und auch mal kleiner Sonnenschein. Okay. Also die hier. Die, äh, Football-Spieler. Die machen mir noch ein paar Probleme. Ein paar. Aber. Es sieht... Oh nein. Trotzdem sieht es besser aus. Der kommt zwar jetzt drüber, aber nur über eine. Deswegen habe ich ihn nämlich da hingebaut. Die, äh, zweite. Aber trotzdem. Ah, gut. Ist schon lang weg. Äh. Ich hab nicht... Ich... Oh, sie ist auch richtig gut. Ich hätte aber nicht gedacht, dass, äh, der so schnell weg ist. Das ist halt das. Gute. 400. Hatte ich... War so viel übrig. Okay. Mh. Was mach ich jetzt? Also erst mal. Wird der... Ersetzt. Ähm. Dann könnte ich zwei Tornhards bauen. Aber da... Aber da... Natürlich, weil... Hier kommt kein... Ähm... Ah, die Springer, wenn die hier drüber kommen, puf. Aber hier kommt keiner, der Leitern hinsetzt. Hier kommen nur die Delfine. Und da kann ich schon eine Tollnart hinbauen. Eine Tollnart-Reihe. Ohne... Probleme. Ich versuche es natürlich auch an den anderen Orten. Und bin mal gespannt, wie es wird. Vierte Flagge. So weit waren wir noch nicht. Und eine Dreier... Nuss-Reihe ist ganz schön heftig, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm. Bin mal gespannt, wie es wird. Momentan noch super. Hoffentlich bleibt das auch so. Hoffentlich bleibt das auch so. So. Ah, verdammt. Nein! Ich habe gehofft, dass das nicht passiert, aber... Gönn dir. Ich habe gehofft, dass der vorher stirbt schon, aber... Knapp, 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 knapp. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ähm. Uh. Schön. Das gefällt mir aber auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. Oh je. Ähm. Aber das war es dann auch schon. Boah. So weit kam er noch nie. Das ist die vierte Flagge gewesen, ne? Geil. Okay. Es müssen Tallnuts... Äh, Walnuts ersetzt werden. Und eine Potato Mine. So. Walnut. Ähm. Ja, die hier... Die zwei hier, die kannst du nicht stehen lassen. Na. Ups. Ähm. Lass mich überlegen. Ich könnte... Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Dann habe ich noch... Kann ich eine Potato Mine, eine Walnut ersetzen? Das hier ist jetzt die letzte Runde, ne? Dann haben wir ja's. Und man, die Episode ist viel zu lang. Äh, ich schneide es vielleicht schon zwei Teile, aber... Das liegt halt hauptsächlich daran, dass ich, äh, zu lange gebraucht habe, die richtige Kombinationen zu finden, die ich ja jetzt gefunden habe. Hoffe ich. Ist die letzte Runde soweit, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also, hängt alles davon ab, wie das hier endet. Alles hängt davon ab. Oh, je. Na, verdammt. Schnell weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. So, die Zombies... Äh, die... Der Finale... Keine Chance. Der Penner. Hat keine Leiter mehr. Nein. Komm schon, komm schon. Wir haben's fast, Kinder. Wir haben's fast. Oh-oh. Die haben aber ne ganz schöne Verteidigung hier oben. Komm schon. Ah, komm schon. Hier unten, du bist kein Ding. Weil hier hab ich noch die Potato-Mein. Potato. You got potatoed. Komm schon. Yes. Oh, Kinder. Pogo-Party. Pogo-Party? Oh. Okay. Damit verabschiede ich mich aber, weil das war jetzt... Boah, last stand. Hammerhart. Äh, mein Name ist Eddie Wegmann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, das war Plans for the Zombies. Die letzten Minispiele. Bis dahin. Ciao.